Morgen und hallo zurück hier bei Orksmaster hier mit euren Rob. Wir spielen die Map Große Täler und ich würde sagen, wir fangen auch mal an. Okay, hier sind schon Parikaden. Es gibt also drei Wege, wo sie lang können. Hier sind schon so ein paar Parikaden gebaut. Hier sind komplett welche. Hier auch, okay. Oh ja. Was bauen wir denn dann hier so schön? Es kommen hier Flieger das erste Mal. Das sieht nicht so aus. Die können hier rauskommen und hier rauskommen. Tja, ich weiß gar nicht, ob ich bauen soll. Noch sind ja Parikaden. Erstmal kommen sie von hier drüben. Hier müssen sie durch. Hier kommen sie lang. Zack, 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 zack. Hier ist es so, okay. Bauen wir hier erstmal lang. Pfeile für alle, genau. Zack, zack. Und vielleicht ein bisschen slow, kein Geld mehr. Dann fangen wir an. Hier, guck mal, nicht abstürzen. Hey, sehr schön. So, vielleicht mal ein bisschen mehr Cash. So, hier liegt schon mal die erste Münze. 20 mehr Gold. So, vielleicht schaffen wir es ja mal, ohne dass einer durchkommt. Aber ich ahne, wie immer was schlimm ist. Ich muss halt mehr auf die Minimap schauen. Und zwei Coins, das ist sehr gut. So, wir bauen gleich mal hier noch. Zack. Na los, stop. Sehr schön. Nächste Welle, die kommt hier drüben. Wo gehen die lang, ist jetzt die Frage. Haben wir noch genug Cash? Da werden wir noch ein bisschen Cash. Das ist eigentlich böse. Die machen alles kaputt. Und die schießen mich kaputt. Das ist das Problem. Die werden ja einfach diese Walls kaputt. Oh, es kommt noch keiner durch, anscheinend. Da brauche ich mal einen Heildrang. Oh, ich habe noch keinen gesehen. Ist ja schlecht. So, da haben wir noch irgendwo einen Coin rumkullern. Hier ist jetzt natürlich dicht. Müssen wir hier ein bisschen slow'n. Ja, die machen mir alles kaputt. Was soll das? Ja, sind da irgendwo jetzt welche? Oder warst du das schon? Hallo? Jetzt kommen sie. Also, wir können eigentlich mal hier die 5 wieder aktivieren. Nicht genug Mana. So. 2 kommen drüben durch. Die müssen wir uns in jedem Fall holen. Jetzt kommt rechts einer durch. Nicht gut. Wo ist er denn? Da ist er. So, jetzt kommen sie wieder links durch. Da müssen wir schon nach links rüber. Und einer können jetzt durchkommen. Wenn wir Pech haben. Ach nee, wir müssen das kaputt machen. Puh, jetzt können wir das ganze Gold noch einsammeln. Und da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt noch besser verteidigen. So geheilt sind wir auch wieder. Hier ist nochmal ein Zwanni. Und hier vorne ist nochmal ein Zwanni. Zack. So, hier gehen sie ja lang. Hier haben wir ein paar Fallen. Wir können noch... Hier haben wir ein paar Fallen. Können wir noch ein bisschen slow'n. Hier können wir noch mal slow'n. Und solche Fallen mal reinbauen. Zack, hier noch hin. So, und wieder kein Cash mehr. Du bist nicht zu jung. Stirb jetzt endlich. Hallo, wie man da brauche ich denn? Fast alle sehr. So, hier gibt es ein bisschen mehr Cash. Sehr gut. Einmal ist durchgerutscht. Stirb. So, der ist auch tot. Das ist mal eine eigentlich easy Welle oder Schopfschützen. Oder besser, der Armussschützen. Nur die Typen, die alles zerstören, sind halt echt nervig. Hallo. So, dann kann man hier noch ein paar Münzen einsammeln. Machen wir hier noch ein bisschen weiter. Ein Schädel. Schnell einsammeln. Das ist nicht irgendwo, wo kam jetzt noch ein Coin. Kommt mir welche durch? Nee, ne? Das Problem muss eigentlich safe sein, lass mal. Hier ist halt noch nicht safe. Das Problem bewegt mich noch nicht. Das sind immer noch die Fallen, eigentlich. Das müssen eigentlich alle noch sterben. So, dann wäre nicht alle ausgelöst. Das ist auch nicht schlimm. So, Welle 5 von 8. Es kommt noch ein paar Wellen. Zack, aber es sieht bis jetzt. Okay, aber es ist noch keine durchgekommen. So, du stirbst, du musst schnell, komm. Und wieder nach Güben. Es sind wieder etliche Münzen rum. Die müssen wir noch schnell einsammeln. Zum Glück geht keiner durch die Mitte. So, diesen Nervicher, die haben wir jetzt besiegt. Diese ganz schnell Typen. Oh, ich bin doch nicht mehr davon. Die müssen wir uns auf jeden Fall holen. Jetzt kommen sie gar noch ein paar durch die Mitte. Also, jetzt muss man noch die Mitte ein bisschen absichern. So, der müsste auch sterben. Komm, stirbt. Auch eine Mana-Prank. Kann man irgendwo Mana? Ist hier nichts. So, auch Not und wieder rüber. Es fliegt echt mal gut aus die Runde. Vielleicht kommt mal keiner durch. Das war die Welle 6. Jetzt kommt noch eine Welle. Hier ist noch eine Münze. Da, sehr schön. Eine Welle kommt jetzt noch. Dann haben wir es geschafft. So, gehen wir hier weiter durch die Mitte. Dann machen wir hier noch ein paar Fallen. Okay, es haben wir genug. Hier können wir noch ein bisschen slow machen. Noch befallen. Jetzt haben wir noch 700. Eine Falle könnte man noch. Wo ist denn hier das Cash? Äh, ich sehe es nicht. Hier müsste es laut Minimap irgendwo sein. Ist weg. Komm ich nicht ran. Ist es da hochgefallen, oder? Na gut, okay. Dann bauen wir noch eine Falle hin. Na, wir haben hier noch eine Falle hin. So, fertig. Und los. Jetzt haben wir nämlich die Mitte freigeräumt. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber damit müssen wir jetzt leben. Und bestehen. So, drüben sieht es gut aus. Hier sieht es gut aus. Kommt hier mal nicht durch, ne? Weit genug gekommen. Das letzte, was du je sehen wirst. Oh, einer wäre durch. Nicht heute. Danke. Du, ich freu' der Mana. Wird leicht haarig gerade. Aber sieht mir okay aus. Da der ist tot scheiße. Hat halt mal einen Schuss kassiert. Ich muss rüber auf die Seite. So, jetzt müsste es mal das noch zerstören. Und dann sollst du es schon gewesen sein. Nun, das war es schon. Äh, das heißt, was jetzt schon war es. Ich habe ja noch getötet. Es kommt noch eine Welle. Es ist sehr, sehr unschön. Vor allem jetzt hier mit dem Speedy Consales. Die sind echt schnell. Und die rollen jetzt noch alles gerade weg. Und hier noch fallen hin. Da noch fallen hin. Dude, ich will nicht viel Münzen. Ich habe ja gar nicht einsammeln. Ich will nicht draussen. Aber ich werde es verhindern ein bisschen So Ich wirf jetzt endlich Nicht genug Mana Und da haben wir es doch geschafft Ohne zu sterben Ohne irgendwo runter zu fallen Weil es gab nichts zu runterfallen Das heißt wir kriegen 5 schöne Schädel Haben die Barrikaden jetzt bekommen als Belohnung Und nochmal 8 Bonusschädel Damit würde ich sagen sehen wir uns dann in der nächsten Folge Bis dahin tschüss